Hi, mein Name ist Jenny Badger. Ich bin Vorstandesmitglied vom Aquas Solutions Group. Ich mache dieses Video, helfe Ihnen verstehen, welches Wasser ist sicheres Trinkenwasser. Es ist kein Geheimnis, dass Leitungswasser nicht trinken kann. Untersuchungen haben ergeben, dass Kunststoffflasche gesundheitsschädlich sind. Kunststoffe können Probleme mit Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und Krebs verursachen. Was machen wir jetzt? Welches Wasser können wir trinken? Lassen Sie mich Ihnen erklären. Um zu verstehen, welches Wasser sicheres Trinkwasser ist, müssen wir zunächst verstehen, dass das wichtigste Verfahren zum Gewinn vom sauberen Trinkwasser die Disinfektion ist, Die meisten Wasseraufbreitungstechnologien verwenden Chlor, Osum und Uta Virate zu Disinfektion. Mit diesen Methoden behandeltes Wasser kann Disinfektionsnebenprodukte bilden und Mikrobie-Korrosion-Problem verursachen. Diese Problemen können zu Krebs- und Fortpflanzungsstörungen führen. Aqueous Solutions Global behandeltes Wasser auf unterschiedliche Weise, wobei natürliche genetische Medien anstelle einer aus dativen Disinfektionsprozesse verwendet werden. Dies ist ein Wasserrückgewinnungsprozess. Auf diese Weise behandeltes Wasser ist das einzige Wasser, das kein Disinfektionsnebenprodukt bildet. Es wird so geranigt, dass das Wasser kein Mikroorganism erhält und daher kein Mikrobie-Korrosion-Problem verursacht. Dadurch wird der pH des Wassers auf das optimale Standard angestellt. Ich hoffe, meine Erklärung hilft Ihnen zu verstehen, dass die das saubere Leitungswasser ist, das angstig sicheres Trinkwasser, das Sie gesund halten und Ihre Vitalität voll ausschöpfen kann. Vielen Dank, zu sehr lang.